Das hatten wir versprochen, Lindsay de Paul mit Getting a Drag. Und dann sind wir leider wieder fast am Ende des Programms. Leider sage ich, denn es gibt hier eine wahnsinnig gute Stimmung. Bis zum nächsten Mal sagen wir schon mit den Sparks aus Amerika und Toremi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.